Der große Sat.1-Film. Ich bin fotograf. Der Traum von der Model-Karriere endet oft. Im Rotlichtmilieu. Das ist meine Tochter. Eine Mutter. Mom, er hat gesagt, er wird dich umbringen. Wir haben vergessen, dass sie mir gehört. Gott kämpft um ihr Kind. Mutti, haue mich aus dem Bordell. Nächsten Dienstag, Viertel nach acht. Inser 1.